hey so mein lieben herzlich willkommen ach so ne eigentlich das team läuft ja schon der läuft ja schon der läuft ja schon eine ganze weile wir kennen uns ja quasi jetzt alle schon weil wir uns vorhin schon gesehen haben so mein lieben ich habe die xbox 360 phänomenal kurzer zeit angeschlossen und jetzt im folgenden geht es mit diesem wunderbaren spiel hier weiter red dead redemption so ist zumindest der plan ich hoffe das ganze aufgeht so hier ein bisschen gucken und da ein bisschen an der stellschraube drehen und dann sollte das eigentlich auch alles wunderbar funktionieren und dann geben wir uns hier so eine kleine runde red beim letzten mal haben wir einen gesamten einen gesamten abend vier stunden im endeffekt wir haben vier stunden damit verbracht fleißig glücksspiel zu betreiben und das hat gedauert und es hat nerven gekostet da war es zum schluss ein einfach lächerlich einfach und ich frage mich warum ich vier stunden meines lebens damit verschwendet habe aber egal es ist so wie es ist und jetzt und im folgenden betreiben wir kein glücksspiel mehr sondern wir kümmern uns um die restlichen aufgaben diese optionalen quests die jetzt noch in unserem logbuch offen stehen und hoffentlich lässt sich das ganze ein ganz klein bisschen ein ganz ein bisschen schneller bewerkstelligen ich bin mal gespannt so wo sind wir denn hier wir sind in irgendeiner lustigen absteige wir sind in irgendeiner lustigen stadt und ich habe schon wieder den action knopf gefunden wo ja sie ist total stylisch aus mein guter kein mensch würde dich hier treffen nicht hinter dieser holz barriere die unglaublich stabil wirkt na gut okay zumindest probiert so also aufgaben journal was hier missions info herausforderung hier hatte das noch geklappt mit dem glücksspiel ja es hatte noch geklappt nachdem ich zum einen habe ich mir an dem abend selber poker beigebracht und zum anderen habe ich dann ja irgendwann gecheckt dass es in diesem spiel durchaus sinn ergeben könnte müsste sollte würde wenn man einfach mal ein bisschen ein bisschen zielstrebiger versucht poker zu spielen dann klappt das eigentlich ganz gut ja bin ich sehr sehr froh darüber dass jetzt funktioniert hat also die herausforderung vor herausforderungen das ist nichts was wir machen wollen beim letzten mal haben wir schon mit dem sprenggewehr angefangen so machen wir deswegen hier weiter könnte ich ja eigentlich erledige zwei wildtiere mit nur einem schuss aus dem sprenggewehr wobei ich mir da jetzt die interessante frage stelle habe ich überhaupt noch ich habe noch genau ein schuss mit dem sprenggewehr das heißt machen wir uns nichts vor ich werde sowieso wieder munition kaufen müssen für das ding also werden wir dementsprechend wieder mal nach blackwater reisen müssen um dort ein bisschen fleißig munition zu kaufen und vielleicht begegnen wir auf dem weg dorthin schon dem ein oder anderen tierchen dass man in einer gruppe einfach mal so über den haufen schießen kann ich weiß halt nicht ja zielstrebigkeit führt zum ziel aber nur wenn du sehr zielstrebig dabei vorankommst und gehst ja ja also was für tierchen kann man jetzt am besten in einer gruppe ausschalten das sollten ja vorzugsweise tierchen sein die sich auch ganz gerne in einer gruppe bewegen wie zum beispiel kojoten wölfe jenen von mir aus pferde dürfen sie ja leider nicht sein büffel pferde naja gut moment die rede war von wildtieren tiere in freier wildbahn na gut es gibt doch wild pferde stimmt schon wenn die alle zusammen auf einer weide rumhocken gelten vögel tja müssten ja eigentlich gibt es vögel die auf dem boden in einer gruppe herumstehen und wo man dann mal mit dem sprenggewehr eine gute ladung reinjagen kann oh gucken wir uns halb im moment uh 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 kann man ja zwei halt auf einmal ne wohl im moment geht ihr jetzt mal ja ja das sieht doch gar nicht so schlecht aus scheiße ah gut das war der einzige verbleibende schuss gut es hätte gut werden können es hätte gut werden können kommen geier angeflogen werden irgendwo kadaver liegen theoretisch herring unser adler hey ich bin herring ich bin kein vogel ich hab ein fischauge das heißt meine perspektive ist sowieso gänzlich anders als eure ja machen wir uns nichts vor die ganze aufgabe kann auch wieder sehr lange dauern hoffentlich keine vier stunden aber egal wir hoffen einfach mal auf das beste hoffentlich habe ich überhaupt noch geld für da waren übrigens vögel hoffentlich habe ich überhaupt noch geld um mir ein bisschen munition zu kaufen das wäre sonst doof was zum geilen oder hier das wäre auch schön einmal so in die mitte rein ein sprenggewehr zack und man kann hier alles haben wenn ich nicht mehr genug geld haben sollte bleibt es nichts anderes übrig als immer wieder den spielstand neu zu laden und mit genau einem schuss zu versuchen alle aufgaben zu vervollständigen wie viele müssen es mit einem schuss sein wie viele müssen es mit einem schuss sein 2 die aufgabe sagt 2 also werden es vermutlich 2 sein den zahlen ausgedrückt 2 den worten 2 um genau zu sein 2 glaube ich 2 ja genau man munkelt dass es 2 wäre die spatzen pfeifen es von den dächer ab und zu da 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 fährtchen warum 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 bist du so ein lama gaul können sie einen satz mit diesem wort bilden sind es eigentlich 2 ich glaube er meint 2 es könnten 2 sein können sie mir nein ich kann nicht helfen ich muss arbeiten du 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 okay zumindest sind wir dann schon mal im städtchen angelangt es gab auch eine challenge puma bären mit messern zu töten hast du das schon weiß ich nicht ich habe ein puma mit der dynamit stange getötet zählt das auch die guten pumas ja die guten pumas ich möchte munition für sprenggewehr wo ich habe über 800 dollar klingt gut unsere munition kostet nur 5 dollar 5 dollar für einen schuss dies Lalalalalalalalala tut 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 20 schuss müsste reichen ansonsten werde ich enttäuscht okay also wie tiere wilde wilde tiere wo finde ich die nicht erst mal die richtige waffe auswählen wäre ganz gut 5 dollar waren damals extrem viel ja ich weiß das ist schon der wahnsinn wie sich das alles so verändert hat einfach ein bisschen in die pampa reiten und ich werde schon was finden oder halt moment es war sowieso nur einer ein oller vogel ich weiß noch nicht ob es gut ist die ganze zeit mit dem sprenggewehr ausgerüstet zu sein sucht doch einfach zwei schlangen ja aber schlängeln schlangen nicht auch eher solo durch die gegend haben wir das schon oft dass zwei schlangen direkt nebeneinander waren diese pferde sind leider keine wildtiere büffel wären wahrscheinlich wirklich gut weil die stehen auch meistens in der herde rum aber wo kriege ich denn jetzt hier mal ein paar büffel halt moment ein schuss ein treffer der herring ist ein absoluter meister gekonnt ist eben gekonnt so damit sich die ganze sache gelohnt hat heute morgen diese tierchen fisch auge tja so hirschfleisch lecker heute abend gibt es saftiges bestimmt absolut gesundes nährstoffreiches hirschfleisch okay wie geht es jetzt weiter journal herausforderung beschaffe dir die us-army-uniform und ziehe sie an töte einen gegner mit dem sprenggewehr während du die us-army-uniform trägst die haben wir schon oder da bin ich mir relativ sicher dass wir die haben okay das sollte also eigentlich einfach sein ich muss mich nur wie guck mal und dahin jetzt ganz viele büffel natürlich drei vier fünf sechstausend auf einem haufen spiel für mich doch verarschen so wir lassen die büffel büffel sein und ziehen uns stattdessen schmuck um ich bin nur gespannt ob ich dann relativ schnell auch gegner finden werde so wo war jetzt hier hier war das doch ne ja 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 meine herren was wird das hier okay die haben nur auf die richtige uhrzeit gewartet um sich dann geschlossen hinzusetzen keiner setzt sich hin bevor es nicht 18 uhr ist ja leute was ab leute hallo irgendwie durchgangsverkehr ist das ist schon mal ja drüber im falschen knopf weil ich rennen möchte aus irgendwelchen seltsamen gründen denke ich dass ich mir eins rennen kann die seltsamen gründe könnten monster hunter heißen doch im monster hunter kann man mit r1 rennen oder ich glaube dass das problem so schad sucher bandito us-army-uniform nebenbei speichern wir damit wir die eine mission quasi schon mal als abgeschlossen betrachten können halte ich für eine sehr verwegen gute idee okay so meine damen und herren ich bin us-army marshal ich bin marshal brave star und kraft meines amtes befehle ich jetzt irgendeinem gegner auf der stelle aufzutauchen damit ich ihn erschießen kann habe ich die waffe jetzt noch nein ok wo kann man denn hier am besten hinreiten wo findet man gegner ernsthaft wo findet man ihr gegner ich einfach irgendwo in den wäldern gegner oder eigentlich wäre es ja na gut eigentlich muss ich nur ein bisschen durch die gegend reiten und dann werde ich schon früher oder später auf irgendeine quest treffen wo man ja vermutlich jemanden über den haufen schießen muss pass schon nördlich jetzt am fluss entlang da findest du oft bieber warum jetzt bieber ich soll doch feinde umlegen töte einen gegner mit dem sprenggewehr mit der kraft eines herings ja genau das können wir hier besonders gut wahrscheinlich schwimmen ach die tiere sind schon fertig gar nicht mitbekommen ja in die bieberjagd kann ich mich auch noch erinnern da war irgendwas aber das haben wir in der tat schon mal gemacht war das nicht sogar hier eine gegend wo wir auf bieberjagd gegangen sind ich glaube schwimmen blubbern fressen gefressen werden klingt original nach meinem leben kann mich schön aus vorstellen so herr und frau zufall bitte erscheinen sie jetzt habe ich das gehört irgendjemand schießt so wer schießt denn na wird zufälligerweise irgendjemand ah rück den schatz raus oder willst du eine kugel in den kopf die zählt nicht als gegner ehre plus 50 die zählten nicht als gegner wahrscheinlich weil es nicht offiziell meine feinde waren und die nicht wirklich auf mich geschossen haben verdammt ja das war ein bisschen ein bisschen verschwenden wohl ähm ich kann jetzt nicht mehr hier was looten ich dachte ich könnte zumindest die kisten hier irgendwie aufmachen oder so was für ein schwachsinn ist das denn waren nicht deine gegner ja das war nicht mein kampf ja aber immerhin hast du ehre bekommen womit ich allerdings nichts mehr anfangen kann weil ich glaube mein ehrenbalken der ist komplett gefüllt guten abend britisch guten abend britisch ja in der tat ich hatte gestern und heute urlaub und weil ich mit meinen erledigungen durch war habe ich mir gedacht ich würde jetzt sowieso spielen dementsprechend kann ich dann halt auch streamen das habe ich für eine gute idee gehalten bisher bereue ich es noch nicht mal gucken ob es so bleibt eine schlägerei anzetteln zählt das dann das wäre sehr eher los ist mir nie aufgefallen dass hier ein feuerchen brennt man kann sich hier zur ruhe betten interessant interessant ist es eine aufforderung dir den tag zu vermiesen nein 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 mir ist vorhin mal eine lustige option aufgefallen die man jetzt seit einiger zeit scheinbar aktivieren kann oder so also so lange scheint es das noch nicht zu geben ich weiß es nicht genau ähm man kann im chat einstellen also wahrscheinlich kann man es doch schon eine weile machen aber wie gesagt mir war das nicht so ich hatte das nicht so auf dem schirm man kann einstellen dass nur follower im chat schreiben können und man kann halt auch eingeben ab wann das gilt also sprich ab wann man ein vollwertiger follower ist ob follower schreiben dürfen die ersten tag dabei sind oder die mindestens schon eine woche dabei sein müssen oder mindestens schon monat oder ich glaube mindestens ein jahr oder irgendwie sowas in der art das heißt dementsprechend wenn man tatsächlich irgendwann mal wieder probleme haben sollte mit irgendwelchen leuten die besonders lustig sein wollen oder so dann könnte man das eigentlich relativ schnell und relativ einfach unterbinden vip chat vip chat ja wie man es nimmt denn seien wir mal ehrlich in den meisten fällen würde es glaube ich nicht wirklich stören wenn ich das einstellen würde das geht schon lange herigen so seit zwei jahren ne ich hatte halt nur mal mitbekommen wie andere leute da immer wieder schwierigkeiten mit in ihren streams hatten deswegen hab ich mir so gedacht eigentlich lässt sich das dann dann relativ einfach unterbinden form mercer ist eigentlich eine gute idee ähm oder vielleicht nicht form mercer hier pikes bezeln da kann ich aber nicht hin da gibt es in jedem Fall gegen war doch bei AGQ AGQ dieses Jahr auch so Chat nur für Subscriber ja aber das nur für Subscriber gibt es glaube ich länger als nur für Follower bin ich der Meinung weil Subscriber only Chats das ist ja auch immer noch so etwas womit man Leute anlocken kann um Geld zu latzen weil man dazu sagen kann ok Leute ihr könnt gerne hier im Chat schreiben aber auch nur wenn ihr ein bisschen was dafür bezahlt ne ist dann schon gut also von daher wuuu wuuu ah äh ernsthaft wuuu die haben meinem Pferdchen in den Kopf geschossen ich habe es genau gesehen so aber zumindest sind das dort unten jetzt offiziell Feinde ich weiß nur noch nicht ha ha Sprengmeister du 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 so mehr wollte ich kann wie wuuu 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 ok Journal herausforderungen Ach und jetzt ist die Die ist jetzt auch komplett weg Ich dachte jetzt wird das hier wenigstens angezeigt Du bist Sprengmeister Level 5 Du bist so toll Da bist du jetzt einfach nur weg Na gut So womit mache ich jetzt weiter Heute 5 Hirsche Erlege 5 Hirsche und heute sie Wenn ich das mal gewusst hätte Überlebenskünstler Level 2 Sammel 6 Büschel Wüstenseil bei Zusätzlich zu denen die du vielleicht schon hast Du findest dieses Kraut in und um Gaptove Ridge Schieße 5 Kaninchen ab Machen wir dann erstmal die Dinger hier vielleicht Das kann man glaube ich Alles so ein bisschen nebenbei kombinieren Ich reite erstmal nach Gaptove Ridge Und suche dort Wüstenseil bei In der Hoffnung dass ich unterwegs Auch auf Kaninchen und Hirsche treffe Ja das ist eine gute Idee So wo ist Gaptove Ridge Bestimmt irgendwo Ah hier Wüstenseil bei Ups Und zwar Mit dem Kapitiergewehr Genau Wenn ihr ein Kaninchen oder ein Hirsch seht Dann schreit Wir reden schade für neue Leute Die nicht unbedingt doof sind Ja aber wo gibt es denn sowas Nein Also Das ist Das ist eine Das ist eine aussterbende Rasse Diese Form von Leuten Also Mag es durchaus geben Aber Die Hoffnung Was das gute Menschen angeht Und so Die habe ich ja in meisten Fällen Schon Also Das ist Habe ich schon sehr häufig verloren Null Zuschauer Incoming Döp 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 Ihr müsstet euch ja keine Sorgen machen Ihr seid ja alle schon dabei Ihr seid ja schon Mitglieder der Gang Ich habe gedacht Der Busch lebt Dann nicht Da wo ich jetzt hin reite Gibt es bestimmt keine Hirsche Aber Kaninchen müsste es doch irgendwo mal geben Oder Es gibt noch sehr viele gute Leute Muss man nur finden Es ist schwierig Es ist verdammt schwierig Und ich meine irgendwie Die meisten Die haben ja eigentlich auch ihren Stamm-Streamer gefunden Der ist ja Bitte können sie mich mitnehmen Ich habe zuerst gelesen Bitte können sie mich umbringen Ähm Na gut Ne Eher nicht Äh Ich lese auch wahrscheinlich nur das Was ich lesen will Das ist so ein bisschen die Sache In meisten Fällen hat man ja Seinen Stamm-Streamer irgendwie gefunden Und richtet sich auch so ein bisschen Nach seinen Streaming-Zeiten Und dann guckt man sich ja auch Gar nicht so nebenbei um Auch nur ganz selten so Dass ich bei irgendwelchen Leuten Hängen bleibe Wo ich Halt nicht folge Weil ich auch gar nicht die Zeit dafür habe Aber okay Aber sicherlich Gibt es da draußen ja auch Genauso wie es Wie es sicherlich Vernünftige Zuschauer gibt Gibt es da draußen sicherlich Auch noch vernünftige Streamer Mag es alles gehen Wolltest du einfach gerade Einen von Briegels Entfernten Verwandten erschießen Wer ist Briegel Halt Moment Bist du nicht Halt Zeig mir deinen Ausweis Ich glaube du bist ein Hirsch Na Hirsch Nicht so viel in den Chat gucken Mehr auf Hirsche gucken Hirsch Na Was ist ein Hirsch Halt Ich möchte kurz Verifizieren Entschuldigen Sie Waren Sie ein Hirsch Guten Abend Dr. Morgan Lass mich deinen Koffer nehmen Priegel der Busch Ein Freund von Bernd dem Brot Ah okay Hirschfleisch Hirschfell Alles gut Berndes Brot Hab ich nie so wirklich Verfolgt Gesehen Es tut mir leid So Alles wieder gut Alles wieder gut Und weiter geht's Was hab ich jetzt damit gemacht Moment Journal Herausforderung Erlege 5 Hirsch Und heute sie Ich nehme an Das war jetzt mein dritter Ich muss bestimmt noch 2 Na gut Na gut Dann ist dem wohl so Was wäre wohl besser Langsam reiten Oder Kaninchen Ah Kaninchen Döp 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 Lustige Tierjagd So Äh Ah Ich wollte grad sagen Wo ist mein Pferd hin So Okay Da war das Pferd Fast tot Ja eigentlich Hab ich komplett Dir sein Kopf Durchgeschossen Erlege 5 Kojoten Bevor dich Einer verletzt Aha Okay Also Heißt das Der Timer geht immer wieder Auf 0 runter Wenn ich von einem Kojoten Zwischenzeitlich getroffen Werden sollte Oder wie Interessant Tja Kojoten findet man doch Bestimmt auch in irgendeiner Gegend ganz besonders häufig Ganz bestimmt Bist du ein Kojote Du bist einfach nur ein Hund Oder Du bist einfach nur ein Hund Der gerade ein Waschbär getötet hat Ganz toller Hund bist du Ganz toller Hund Sind sie ein Kojote Das ist schlecht oder Wenn ich immer erst fragen muss Was das für Viecher sind Sind sie ein Nein Gap to Bridge Okay Wir sind schon mal In der richtigen Gegend Für Wüstenseil bei Das heißt Ab sofort Auch bei jedem Busch wieder anhalten Halt Was 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 seid ihr Sind es Kojoten Keine Ahnung Mal kurz gucken Hallo 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 Again Ich sag einfach Hallo Again Warum sollte ein Fisch Landtiere kennen Ja sehe ich auch so Das sind alles Sehr seltsame Lebensform Oh Kojotenfleisch Oh das war sehr gut Kojoten sind links oberhalb von McFarlane's Farm Oder genau hier Und da ich ja jetzt quasi schon drei habe Sofern das Spiel Jetzt richtig mitgezählt hat Ja sieht gut aus Ich brauche nur noch zwei Dann bin ich hier Auch fast durch Ich muss hier natürlich nur noch Noch ein paar finden Aber Scharfschütze Level 3 Das war einfach Das war Sehr sehr einfach So Nächste Aufgabe Töte fünf fliegende Vögel Von einem fahrenden Zug aus Wer denkt sich denn solche Aufgaben aus Okay Gut Habt ihr Lust auf eine Tchuk-Tchuk-Fahrt? Wir werden jetzt ganz bald eine Tchuk-Tchuk-Fahrt unternehmen Jihau Gut Aber erstmal hier Wüstenseil bei So zumindest meine Hoffnung Wüstenseil bei Irgendwo Halt Moment Was sind sie? Hä? Ne? Ich sollte doch noch welche, oder? Ich bringe jetzt was durcheinander Moment Heute fünf Hirsche Erlege fünf Hirsche und heute sie Ja, ja, genau Alles gut Alles gut Irgendwo in den USA gibt es ein Gesetz Was genau das verbietet Mit Sicherheit Mit Sicherheit Bockgeweih Bockfleisch Sie waren gar kein Hirsch Sie waren ein Bock Na toll Das zählt gar nicht Was für ein Unsinn Es sah aber genauso aus wie Ach Es hatte vier Beine Es ist herumgehoppelt Für mich war das ein Hirsch Vielleicht war es auch ein Gnu Aber In erster Linie war es jetzt mal ein Hirsch Wüstenseil bei Wüstenseil bei Wüstenseil bei Plus eins Überlebenskünstler Level zwei Journal Herausforderung Sammle vier Büschel Roten Salbei Zusätzlich zu denen Die du vielleicht schon hast Du findest dieses Kraut In und um Rio Bravo Gut dann auf nach Rio Bravo Und guten Abend Captain Lash 06 Wo ist Der Rio Bravo Ich hätte gedacht Das wäre irgendwo in Mexiko Agave Perdido Chuparosa Ist der Rio Bravo Nicht sowieso Ist das ein Fluss Oder ein See Oder Hä Warum sehe ich das jetzt gerade nicht Bin ich blind Green Hollow Brittle Brush De Lobo Rock Plain Blur Wo ist der Hering du bist schon dreimal dran vorbei Wo dran vorbei Am Rio Bravo Ach da Na das ist ganz große Schrift Okay Danke Und hier ist auch Hirsch Symbol Um vorm Mörser herum Okay So wie ist das Zeug jetzt nochmal Vier Büschel roten Salbei Vier Büschel roten Salbei Na gut Ja Auch das kriegen wir hin Döp 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 Dem hat diese Fischaugen Ja ja Ich hab's doch gefunden Alles gut Alles gut Hui Äh Halt was sind sie Nein sie sind ein Pferd Gut Weitermachen. Sie dürfen fortfahren. Ich freue mich schon auf diese Zug-Quest. Ich frage mich auch schon, wie ich die gescheit machen soll. Einfach auf den Zug draufstellen und warten, bis er losfährt, oder? Und dann gucken, dass ich Vögel treffe. Das wird lustig. Ist das ein Kirsch oder ein Bock? Oder vielleicht doch ein Gnu? Wie gesagt, ich sollte eigentlich nach den Ausweispapieren fragen. Fängt das hier vielleicht schon an? Ne, wildes Mutterkraut. Naja, nehmen wir mal trotzdem mit. Einfach so können. Jeha! Ich finde es gut, dass unser Hauptcharakter so motiviert zur Sache geht. Zu Werke geht. So motiviert er bei ist. Roten Salbei! Ha! So muss das, so darf das, so braucht man das. Ein echter Mann pflückt sich seinen roten Salbei noch selbst. Können ein wenig Hilfe gebrauchen. Wer fragt denn? Ich sehe sie nicht, Mister. Außer sie sind der Busch. Habe kein Interesse an ihm. Habe aber Interesse an diesem roten Salbei. Du vermisst John? Dann stelle ich die ketzerische Frage, warum? Sein Sohn kann doch alles genauso gut. Weil ich ihn spiele. Davon abgesehen. Bei der Zugaufgabe könnte das Dead Eye helfen. Na gut, ich hätte es jetzt einfach mit automatischer Zielaufassung gemacht. Ich wäre davon ausgegangen, dass es trotzdem funktionieren würde. Aber im Notfall könnte ich das Dead Eye benutzen. Das stimmt. Galopp, 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 galopp. So, da hinten ist schon wieder Formersan, ne? Könnte dies sein? Ich glaube. Ja. Ich habe die Herausforderung nicht gestartet, Spiel. Spiel, du lügst immer. Triff den Revolverhelden. Ich will keinen Revolverhelden treffen. Ich will rotes Salbei pflücken. Das wird neu. So. Dann haben wir es aber auch gleich. Ein, zwei Hirsche wären nicht schlecht. Ich sag's ja nur. Das ist aber auch ein elendiges Mistwetter. Es regnet auch erstaunlich oft in diesen breiten Graden. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier vorne hat sich was bewegt. Halt, Moment. Was sind sie? Was war das? Vor allem, wo liegt es da? Tierhäuten. Und? Hirschfleisch. Lecker, lecker, miam, miam. So, und Hirschfeld. Ach so, und Moment. Hier ist noch irgendwo. Wunderbares Kraut. Das schnuppert so nach Fortschritt, meine Lieben. Überlebenskünstler Level 3. Das geht ja Schlag auf Schlag. Zack auf Zack. Also. So gut sind wir in diesem Spiel noch nie vorangekommen. Sammle acht Feigenkakteen. Zusätzlich zu denen, die du vielleicht schon hast. Du findest dieses Kraut in und um Punta Orgullo. Punta Orgullo. Punta Orgullo. Das ist jetzt aber ein bisschen Mexiko, oder? Punta. Perdito. Punta Orgullo. Ja. Einmal nach Mexiko, bitte. Und vielleicht noch den einen oder anderen Hirsch? Hirsch? Vielleicht? Eventuell? Wenn sich noch einer hervortraut? Woxen natürlich keiner. Wo, 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 wo. Äh. Nein. Früher oder später. Dup, 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 dup. Halt. Weisen sie sich aus. Nur Pferde. Sie dürfen weitermachen. Nichts für ungut, Mr. Ed. Ich bin Mr. Ed. Kennt ihr die Serie noch? Das ist, glaube ich, aus den 60ern. Oder so. Als ich Kind war, lief die noch im Fernsehen. Erst schießen und dann Fragen stellen. Ja, das wäre sinnvoller vermutlich. Du hast recht. War da was? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich bin Mr. XY, der Höhlenmensch. Ich kenne gerade den Namen nicht. Das ist recht, da war irgendwas. So richtig zusammenkriegst, aber auch nicht mehr. Komm raus, komm raus! Lan, lan, lan. Hab gerade deinen Stream entdeckt. Kenne dich noch aus MKW-Zeiten. Das ist lange her. Igel Rayuga. Aber du seist trotzdem herzlich gegrüßt. Wenn du dann hier verweilen möchtest. Ja. Hab ewig nicht mehr. Mario Kart Wii gespielt. Alter! Sie sind ein Hirsch. Ich habe es... ...an ihrem schmalen Hüftgang gesehen. Danke dafür. Huh. Du solltest du das ablehnen können. Ja, 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 ja. Sehr, sehr gut. Meisterjäger Level 2. Okay. Irgendwas will mich hier gerade beißen. Geht weg, ihr Scheißvieger. So. Was sollen wir als nächstes machen? Erlege 5 Wölfe mit deinem Nahkampfmesser. Und heute 5 Wölfe. Sind das da gerade Wölfe? Ich glaube. Mit deinem Nahkampfmesser? Ach, Leute. Ernsthaft? Dynamit? Nee. Messer. Ja. Scheiße. Äh. Äh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eine blöde Idee ist. Hi. Huh. Ah, kacke. Huh. Na. Okay, okay. Das wird. Das wird. Was soll Problem? Lass mich in Ruhe. Ja, sind Wölfe. Ich frage mich, ob man in diesem Spiel auch auf Hirschen oder Böcken jagen kann. Ich glaube nicht. Ich denke doch. Mal nicht. Wäre vielleicht auch zu viel des Guten. Oder auf Bären. Wie in Zelda. Blutig. Blutig, blutig. Tralala. Man kann auf dem Esel reiten, glaube ich. Ja, stimmt. Das müsste funktionieren. Hm. Reite ich jetzt dem ollen Wolf hinterher? Den werde ich sowieso nie wiederfinden, oder? Oder? Oh, das sehe ich irgendwo in einer Gegend. Hm. Ich sehe leider nichts. Halt, Moment. Doch da. Ja. Ja. Hey, nicht weglaufen. Weglaufen, du Sonnfähr. Komm her. Du reutiges Mistviech. Komm her. Komm her. Okay. Das ist noch so Szenen, die es, glaube ich, nicht oft in freier Wildbahn zu bestaunen gibt. Aber okay. Naja. Kann man halt mal so machen. Ein Irrer mit einem Überlebensmesser, der hinter Wölfen herrennt. Kommt er hier, Herr Lunken. Ach ja. Das ist schön. Gut. Falls du es noch brauchst, ich habe eine Karte. Karte? Eine Karte. Ja. Eine Karte. Mit Fundorten der Kakteen im Discord gepostet. Okay. Ja. Ich glaube, das sollte nicht so schwierig sein. Hoffe ich, denke ich mal. Im Bedarfsfall kann ich aber darauf zugreifen, klar. Oder darauf zurückgreifen. Halt, Moment. Bist du ein Wolf? Der einsame, große, böse Wolf. Der einsame, große, böse Wolf. Scheinlich so einsam zu sein. Ich bin erstaunt, dass ich genau in der richtigen Gegend irgendwie für Wölfe gelandet bin. Vielleicht wäre es sehr gut, wenn ich jetzt sowieso hier bin, dann reite ich hier noch ein bisschen auf und ab und versuche den letzten Wolf zu finden. Müsst du doch hinhauen, oder? Denke ich mir so. Ich bin ein einsamer Wandersmann und bin ja gar so hilflos. Wie das Rotkäppchen. Wie das Rotkäppchen. Wie soll ich mir einen roten Mantel überziehen? Und mit einem Picknickkorb durch die Gegend laufen. Guten Abend, Maxi. Und frohes Wochenende auch dir. Und Maxi, wir haben vorhin den Gigante besiegt. Ich und Sidney das erste Mal. Warum singe ich jetzt die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde es nur gesagt haben. Und Bisk. Ja, aber Biskit hat es nicht zum ersten Mal gemacht. Deswegen war das so... Ja, das war so eine Randinformation. Das fand ich jetzt nicht hervorhebenswert. Er hat sehr gut geholfen. Ja. Und wahrscheinlich hat er auch die meiste Arbeit gemacht. Ja. Aber... Naja. Nein, danke. Danke, danke, danke. Jetzt aber früher oder später muss ich eine Gigante sowieso alleine machen. Also von daher, passt schon. So, haben jetzt die Wölfe keinen Bock mehr, oder was? Alle Feierabend? Auch Wochenende? Kann ich angehen. Döp, 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 döp. Alles klar, British. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Oder auch bei irgendwas anderem, wenn du es gerade guckst. Oder nicht guckst. Oder wie auch immer. Wie du aber vielleicht mitbekommen hast. Ich bin sehr schnell. Was das Spielen von Red Dead Redemption angeht. Also vielleicht sind wir hier auch schon bald fertig. Vielleicht. So, die hoffen. Haben bestimmt Siesta. Ich fürchte auch. Ich brauche nur noch einen Wolf. Einen verdammten Wolf. Reite ich doch einfach weiter. Okay. Ich reite erstmal weiter. Vielleicht werde ich ja zufälligerweise... ganz zufälligerweise... angegriffen. Während ich die... Kakteen ernte. Kann auch sein, dass da hinten gar keine Wölfe mehr leben. Dann hätte ich halt Pech gehabt. Warum muss denn der Gigante irgendwann sowieso allein machen? Naja, ich muss es nicht alleine machen. Ich könnte es auch die ganze Zeit in einer Gruppe mit anderen Leuten zusammen machen. Natürlich. In erster Linie ging es mir jetzt nur darum, ich brauche ihn ja noch zwei Dutzend Mal für die Materialien. Und da wird dann sicherlich auch der ein oder andere Solo-Run mit dabei sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Und teilweise habe ich auch das Gefühl, dass die Viecher... Solo... mitunter... auch leichter zu legen sind. Kann das sein? Zumindest gefühltermaßen. Kann auch täuschen, aber... Dieser Kräfte-Boost, den die bekommen, wenn man im Multiplayer unterwegs ist, der ist schon nicht ohne. Döp, 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 döp. Fängt es hier schon an? Kurz mal gucken. Das sieht doch aus wie... Das könnten kleine, kümmelige Kakteen sein, oder? Da ist ein. Da ist ein. Feigenkaktus. War das überhaupt das, was ich einsammeln sollte? Ja. Sieht gut aus. Gut, gut, gut. Einer dahin. Noch sieben im Sinn. Kommen Sie, Herr Pferdchen. Machen wir weiter. Mit dieser wunderbaren Quest. Lalalalala. Eskalera. Carrera. Die Autorennbahn. Für Jung und Alt. So muss das sein So Der zweite Man fragt sich natürlich zu recht Warum aus so einem großen Haufen Feigenkakteen Dann immer nur Eine kleine Blüte oder so Abzwackt Was Röppner da genau macht Weil allein in diesem Haufen Wären bestimmt schon acht dabei Aber na gut Ich frage nicht Ist schon in Ordnung Halt Ah Seid ihr Wölfe? Halt Sind sie zufälligerweise ein Wolf? Halt 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 Mister Mir ist aufgefallen Sie könnten Hilfe gebrauchen So So ein Schwächling Lalalalala So Wie war das jetzt hier? Wölfe Die anderen sind von Käfern und Spinnen befallen Achso Zum Glück tragen wir Handschuhe Meisterjäger Level 3 Wölfe Wölfe sind so süß Ausgestopft und gehäutet Machen die sich echt gut Gebe ich dir recht Wolfsherz Heute fünf Wildschweine Und drei Gürteltiere Ja wie Ihr könnt jetzt nicht auf einmal anfangen Viecher zu kombinieren Wo finde ich denn Wildschweine und Gürteltiere? Gut Wahrscheinlich nicht hier in der Gegend Ich nehme an Die finde ich irgendwo In Wäldern Also zumindest die Wildschweine Gürteltiere bin ich mir jetzt gerade nicht sicher Gürteltiere findet man immer mal wieder überall Wir sammeln jetzt erstmal die Feigenkaktien hier weiter So Kann nicht so schwer sein Die darf ich jetzt aber auch wieder so umbringen wie ich möchte Also sprich Da muss ich jetzt nicht mit dem Messer rangehen Sondern Hauptsache ich bringe sie um Und Hauptsache ich häute sie Die Gürteltiere und Wildschweine Halt Irgendwie bewegt sich dieses Vieh Sehr seltsam vor Waren sie ein Gürteltier? Ich frage Nur so Gürteltierfleisch Ja Genau so habe ich mir das vorgestellt Pferdchen komm her Das arme Gürteltier Ich kann nichts dafür Beschuldige nicht mich Beschuldige das System Das System ist daran schuld Dass ich jetzt tausend Viecher Unschuldigerweise Dahin raffen muss Hier sind extrem viele Kakteen Aber irgendwie nicht die Die ich brauche So Warum Hier nicht da nicht dort nicht Das Pferdchen fragt sich einfach nur Wann es an der Reihe ist Und versucht Die ganze Zeit wegzulaufen Ja das kann natürlich sein Schlechte Erfahrung Die sehen ja hübsch aus Guck mal Diese weißen Pferdchen Das letzte Einhorn Es war das letzte Einhorn Entschuldigung Mach ich nie wieder sowas Oh ist weg Ich hätte es gerne gehäutet Damit es wenigstens nicht Nutzlos gestorben wäre Aber Okay Ja ich tötete die Tiere Nicht wirklich Ich erforsche sie Hast gerade wirklich Das letzte Einhorn getötet Es war Es war ein Versehen Ein Mann hat meine Kutsche gestohlen Interessiert mich nicht Geh halt zu Fuß Wo ist das Problem Es gibt sogar ein Einhorn glaube ich In Red Dead Redemption Also ich weiß dass es in Oblivion Ein Einhorn gibt Ich weiß nicht ob es in Skyrim Ein Einhorn gibt Aber in Red Dead Redemption Im DLC wenn ich mich recht entsinne Außerdem seien wir mal ehrlich Der rote Stier Hätte sich das olle Einhorn Sowieso geschnappt Also Ich habe die ganze Angelegenheit Nur abgekürzt Und Uns um einen tollen 80 minütigen Zeit In Zeichentreck Film gebracht Passiert Verbrechen nicht vereitelt Der Dieb ist entkommen Ich hatte auch nichts dergleichen Unternommen Spiel Ich hatte nichts unternommen Der rote Stier könnte das letzte Einhorn Niemals besiegen Ah das ist alles Das ist wahr Das ist Fake News Als ob der rote Stier Plötzlich Angst gehabt hätte Vor einem dämlichen Einhorn Also Jetzt kommt Der hätte kurz einen Prozess mit dem gemacht Ist ein riesengroßer Bulliger Stier Aus Der aus Flammen besteht Hallo Der ist ja wohl mal tausendmal cooler Als so ein olles kleines Pferd Mit Mit einer komischen Warze oben Auf dem Kopf Also Da müssen wir ja nicht länger drüber Fachsimple Aber Aber Einhörner sind magisch Der rote Stier ist auch magisch Ich bin Journalistin Ich kenne mich mit Fake News aus Ja das glaube ich dir sofort Und das letzte Einhorn hat Hat ihn hart fertig gemacht Ja ja Fix und fertig Flammen Mhm Ja ja Genau Ja ja Ist richtig Naja Halt Waren sie ein Gürteltier? War bestimmt ein Vogel oder? Ich glaube da war kein Gürteltier Ja Nein Vielleicht ist es nicht gut Dass ich hier die ganze Zeit Auf diesem Kügel bin Glaubst du auch das Voldemort Harry besiegt hat Und Frodo am Ende mit in den Vulkan gefallen ist Weißt du? Weißt du? Beide hätten es zumindest verdient gehabt Machen wir uns nichts vor Der eigentliche Held in Herr der Ringe ist Samwise Gamgee Das ist einfach Fakt Da kann Frodo noch so sehr Elijah Wood sein Es ist halt einfach nur Frodo Und Harry Potter ist ja sowieso Naja Naja Es ist halt wie es ist Sehr stabiler Wolf Sehr stabiler Wolf Hey Ist mein Pferd in Ruhe Ich brauch mein Pferd noch Voldemort hat Harry ja getötet Fast Sobald zweimal Mindestens Er hätte nur seinen Job mal gründlich erledigen müssen So viele aggressive Viecher Weil das ist euer Problem Lass mich in Ruhe Ich suche hier nur Kakteen Alter Unfassbar Der wahre Held der Zauberer Welt ist eh Hering Potter Das möchte ich ein Zauberer Harry Ja Das sowieso Der Held ist doch eindeutig Legolas mit Pipin Warum jetzt gerade Legolas Das hat ein Legolas gemacht Außer dass er Ein übermächtiger Elbengott war Also Es ging um die Mission Um die Erfüllung der Mission Sprich Den Ring in den Vulkan zu werfen Und wer hat dafür schlussendlich gesorgt Das war Sam Irgendwie Wie mag ich dieses Pferd nicht Das sieht so Gefleckt aus Ich setze mich jetzt in die Ecke und denke Mein Leben nach Ich glaube ich habe das alles ganz falsch gesehen Nein 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 Ist alles okay Wir sind ein Wir sind ein freier Heringstaat Jeder von uns darf an all das glauben was er möchte Und wenn darunter Und wenn darunter dann halt auch ein paar Fake News sind Dann ist das halt so Ist schon okay Einhörner sind cool Harry Potter auch Und Frodo bestimmt auch Ja ja Alles ganz cool Nein Nein Gollum hat ihn reingeworfen Ja 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 Nee Ja Freier Start Seit wann denn das Du musst den Leuten einfach nur die Illusionen lassen Und schon glauben sie daran Leute werden nur stinkig Wenn sie die Illusionen nicht mehr haben Ist alles okay Habe ich endlich wieder Kakteen gefunden Mein Gott Habe schon nie mehr dran geglaubt Sag das mal deinen Mods Die wissen schon Bescheid Solange du mir nicht erzählst Dass am Ende von Tales of Symphonia Eigentlich alle tot sind Ist alles gut Naja das ist ja halt meistens Ich meine das Schöne bei solchen Geschichten Ist ja immer Dass die dann zum richtigen Perfekten Zeitpunkt aufhören Aber Theoretisch Es geht ja nach dem Abspann noch weiter Was passiert denn nach dem Abspann Nach dem Abspann ist irgendwann Alltag Die Figuren leben ihr ganz normales Leben Dann auf einmal weiter Und dann Sterben die natürlich irgendwann Irgendwann sind die halt alle Hinüber Die leben ja nicht ewig Die haben irgendwann auch Probleme Kriegen wahrscheinlich noch Eine mickrige Rente Weil die nie vernünftig gearbeitet haben Die haben ja die ganze Zeit Nur die Welt gerettet Konnten also nie in die Rentenkasse einzahlen Dementsprechend Tja Da stehst du dann Mit 65, 67, 70 Jahren da Verdammt scheiße Hätte ich mal lieber nicht die Welt gerettet Können jetzt nicht in Rente gehen Ist ein Problem Die meisten Helden machen sich Über solche Dinge Keine Gedanken Leben die ganze Zeit So sorglich vor sich hin Ja 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 Hier Ich schnetzel mal ein paar Orks Mit meinem Schwert nieder Wundervoll Das ganze Leben ist ganz toll Und dann später In 30 Jahren Da haben die dann Da haben die dann Ein richtiges Problem Kann Hering mal die Klappe halten Wow Was ist denn los Ich find's eigentlich gerade ganz nett Aber nun gut So Dann sammle ich halt weiter Kakteen Irgendeiner muss es ja tun Ist schon in Ordnung Ein paar mehr Kakteen Wären nicht schlecht Was macht der denn da Sammelst du gerade meine Kakteen weg Ach ne Sie sind ja ein netter Gesell Haben sie diesen Herren umgebracht Hallo Leiche plündern Hatte nix mehr dabei Hätte mich jetzt auch gewundert Wenn er noch ein paar Dollar Eingesteckt hätte Aber nein Tomaten Kekse Omnomnom Omnomnomnomnom Let's go Let's go La 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 Tja Ich find die Gedanken Aber eigentlich ganz spannend Was passiert eigentlich Nach so einer Geschichte Ich mein vielleicht ist Frodo Drogenabhängig geworden Weil er das Trauma Nicht verkraftet hat Und Leute hat einen Vaterkomplex bekommen Na gut Also bei Tolkien Ist es ja relativ einfach Weil der hat ja wirklich Mehr oder weniger Haarklein noch beschrieben Was die nächsten 200 Jahre Passiert ist Am Ende der Geschichte Und bei Frodo Wissen wir es ja Der ist ja irgendwann Mit den Elben In das geweihte Land Abgehauen Und bei Sam Der ist zum Beispiel Bürgermeister geworden Von Der komischen Stadt Weiß nicht mehr wie die heißt Und hat noch viele glückliche Kinder bekommen Und bla 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 Also im Endeffekt Das weiß man ja alles Aber klar Bei anderen Geschichten Weiß man es dann eben nicht Weil weiter wird dann nicht gedacht Da geht es immer nur Bis zum Abspannen Und der Rest ist dann halt so Weißt du Ich mache mir über solche Sachen Halt auch Gedanken Und ich würde manchmal auch gerne wissen Einfach wie es weiter geht Gut bei Tales of Symphonia Weiß man es auch irgendwie So ein bisschen Zumindest Weil da gab es ja zum Beispiel Auch einen zweiten Teil Wo die Geschichte weiter erzählt Das ist ja immer das Schöne Wenn es dann Fortsetzungen gibt Oder so Also schön ist halt relativ Weil manchmal können Fortsetzungen ja auch Sehr sehr Herbe enttäuschen Wenn es dann halt irgendwie Nicht so weiter läuft Wie man es sich vorgestellt hätte Oder so Aber eigentlich In den meisten Fällen Stehe ich persönlich Fortsetzungen Recht positiv gegenüber Insbesondere wenn es Dann eben zu Sachen ist Die ich sehr mag Weil Ich einfach ein gesteigertes Interesse Natürlich an den Figuren Und dergleichen habe Und ich dann auch wissen möchte Wie es weiter geht Es ist so So Nicht mehr viele Zwei oder drei Würde ich mal so schätzen So Hinten zu bekommen sein Es gibt einen zweiten Teil Stream Projekt Ja Wollen wir ja auch tatsächlich Irgendwann spielen Irgendwann Keine Ahnung Wenn ich mal Zeit habe Tales of Symphonia Dawn of the New World Ist für die Da Tales of Symphonia Ja auch in der Collection Für Playstation 3 Herausgekommen ist Da ist Dawn of the New World Auch gleich mit dabei Der ist aber nicht so gut Wie der erste Ja ist halt meistens so Wobei da habe ich auch Naja Also Ist halt Naja Weiß ich nicht Will ich mir mein eigenes Bild Machen Was das angeht Da wäre ich immer ein bisschen Vorsichtig Wenn man dann einfach so Dann immer irgendwelchen Meinungen Im Internet diesbezüglich Folgt oder Zu viel Zu viel Vertrauen schenkt Vielleicht da einfach mal Ja einfach Ein bisschen selber gucken Und so Ich hatte damals nur den Anfang Davon gespielt Und ich fand's Interessant Ja Interessant Aber klar Aber klar Er war doch sehr Ein bisschen anders Als der erste Teil Hat Da mich insbesondere Die Entwicklung eines Charakters Aber Sehr interessiert Hat und hätte Würde ich das Spiel Schon noch gerne Irgendwann mal spielen Einfach um zu erfahren Warum dieser Charakter So handelt Wie er handelt Welches Spiel denn Der Nachfolger von Tales of Symphonia Stream Projekt Nummer 347 Na Ne Ne Glaube ich nicht So viele Spiele Sind es auch gar nicht Die ich offen hab Es gibt viele Spiele Die ich anfangen könnte Aber ansonsten Streng dich ein bisschen an Danke Meint ihr nicht nur die offenen Sondern auch die Beendeten Soll ich alle beendeten Spiele Einfach nochmal spielen Wir tun so Als wäre Als wäre jetzt wieder 2010 Und ich fang nochmal an Oder so Das wär lustig Nur halt gleich Mit guter Technik Halbwegs guter Technik Würde aber heutzutage Kein Schwein mehr interessieren Also noch weniger Als damals 2010 Ehring Ändest du mal ein FC Das ist So retro Ein paar LPs Könnten definitiv Eine bessere Auflösung Noch bekommen Ja von dem Punkt aus Würde es natürlich schon Sondern geben Das ein oder andere Nochmal zu spielen Aber auf der anderen Seite Ist halt Nur deswegen Das ist halt auch Ein bisschen doof Wenn es zusätzlich Noch irgendwelche Neuauflagen gäbe Oder so Dann würde es Vielleicht Sinn ergeben Aber so Ich bin hier irgendwie In keiner guten Gegend Glaub ich Für Kakteen Aber die Alten Haben doch ihren eigenen Charme Sicherlich Das haben sie Ich hab heute Mittag Frühen Mittag Ähm Mal wieder In mein Let's Play Zu Fragile Dreams Reingeschaut Das war auch nett Das ist immer für mich So ein ganz klein bisschen Wie eine Zeitreise Wenn ich mir Selber zuhöre Wie ich vor 3, 4, 5 Jahren Oder so Halt irgendwelche Dinge Erzählt habe Und so Teilweise Finde ich es auch Sehr interessant Weil ich dann irgendwie So merke Dass ich da dann Plötzlich Gedankengänge habe Auf die ich Heutigen Tags Gar nicht mehr kommen würde Weil das Erscheint mir dann immer So Plötzlich so fremd Und so Komisch irgendwie Ist interessant Man verändert sich Als Mensch halt doch Irgendwie so ein bisschen Über die Jahre hinweg Das ist etwas Was ich immer ganz gerne So ein ganz klein bisschen Ausklammere Weil ich mir so denke Über weite Strecken Bleibe ich ja doch Irgendwie immer Die selbe Person Aber eigentlich Verändert man sich doch Jetzt sollen sie auch schon LPs ein Remake bekommen Wo soll das noch hinführen Remakes zu Remakes Das Pferd wird auch nie müde Oder Geht so Links neben dem Radar Siehst du einen blauen Balken Das ist der Ausdauerbalken Vom Pferd Der geht aber nur runter Wenn ich die ganze Zeit Rennen würde Ich hatte letztens Einen Vergleich gesehen Von deinen Zelda Ocarina of Time Let's Plays Also der Unterschied Der Technik ist schon groß Ja gut Ocarina of Time War auch damals Mit glaube ich Eines meiner ersten Let's Plays Die ich angefangen hatte Also es war ja wirklich Noch 2010 Und die ersten Videos Sind in 240p Oder so Ich glaube mehr war das nicht Fragile Dreams Wollte ich auch unbedingt Noch nachholen Echt schlimm Wie viel weniger Zeit Man für solche Quality of Life Sachen hat Wenn man arbeiten muss Ja Ja das stimmt Was zum Geier Na Nicht abschießen Falsch Gegend Offensichtlich Falsch Gegend Feigen Kaktus Überlebenskünstler Level 4 Boah ich bin begeistert So Sammle sieben Büschel Blaues Wollkraut Zusätzlich zu denen Die du vielleicht schon hast Du findest du findest du findest Du findest diese Kraut In und um Perdido In und um Perdido Okay Sieben Büschel Blaues Wollkraut In Perdido Das ist doch bestimmt Hier irgendwo Oder Dachte ich Perdido Ah hier Okay Wir bleiben in Mexico Wundervoll Der Held verstarb Weil er Streamkommentare lesen musste Ja ja Und wir bräuchten noch ein 15 ULP Oder Ja Generell muss ich mal wieder anfangen Weiß nicht Ich findest momentan Irgendwie so schade Dass ich Ja zum einen Nicht so richtig Die Zeit finde Für meinen Kanal Und vielleicht Mehr auch teilweise Einfach nicht so richtig Die Zeit nehme Also das ist so Unbefriedigend Irgendwie Weil das so Fühlt sich einfach So wie Ja Nicht abgeschlossen an Sofern man sowas Überhaupt Irgendwann abschließen kann Aber Keine Ahnung Ist momentan Irgendwie ein bisschen doof Was das angeht Der Vollständigkeit halber Hatte ich halt überlegt Wenn ich das aufnahmetechnisch Irgendwie hinbekomme Dass ich dann Zumindest Breath of death Auf die Art und Weise Fertigmache Beziehungsweise überhaupt Mal anfangen Aber naja Ja mein Kanal Genau Weil ja keine Ahnung Man fängt halt so an 2010 Man führt das Man führt das die ganze Zeit Man führt das die ganze Zeit Relativ Intensiv fort Mal mehr Mal weniger intensiv Aber die ersten Jahre War es ja wirklich sehr intensiv Und dann irgendwie Wie so ein schleichender Prozess Der dann ja Weiß ich nicht Weiß ich nicht mal Wann das angefangen hat So ab 2014 2015 Wo es dann halt immer weniger wurde Wo es dann auch immer schwieriger Irgendwie teilweise wurde Und Ja Keine Ahnung Fühlt sich einfach nicht cool an AK景 Ja Haha Ich W pid passou Diesbezüglich stehe ich mir vielleicht auch ein bisschen selber im Weg einfach, weil ich ja auch nicht so richtig weiß, wie ich überhaupt weitermachen will oder was ich weitermachen will. Wahrscheinlich wäre es wirklich am einfachsten, wenn ich einfach ganz normale Let's Plays aufnehmen würde und das dann halt immer hochklatschen würde und so. Aber das ist so, keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre es wirklich am sinnigsten. Nur hatte ich ja irgendwie, irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, versucht so etwas ähnliches wie Anspruch zu entwickeln und ich war mir dann halt nicht mehr so sicher, ob ich das mit normalen Let's Plays da irgendwie so, ob ich meinen eigenen Anspruch damit so befriedigen kann. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, dann einfach so Live-Gameplay-Sachen tatsächlich nur im Stream zu machen und alles weitere, was vielleicht ein bisschen hübscher werden könnte, sollte und müsste, das dann eben irgendwie über YouTube-Videos zu realisieren. Ja, aber eigentlich ist es ja, ich würde das jetzt nicht nur am Alter festmachen, Sidney, weil machen wir uns nichts vor, wir sind alle noch extrem jung. Also, den Schuh will ich mir gar nicht anziehen. Das ist okay. Kann man halt machen. Wolltest du die Frau nicht retten? Nö. Wollte ich nicht. Schmetterlingskraut. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Und einen kompletten Neustart wüsste ich gar nicht, wie ich das machen soll, Maxi. Komplett neuer Kanal, oder was meinst du? Da steht aber auch irgendwie die Angst dahinter, irgendwie das, ja, das Ganze dann auch regelmäßig zu befeuern. Also, wenn ich sowas machen will, sollte, wie auch immer, dann muss da ja auch ein gewisses Ziel dahinter stehen. Und das bedeutet dann halt auch, ja, einfach ein bisschen, nochmal ein bisschen Lebenszeit reinbuttern. In die ganze Geschichte. Zielführend hineinbuttern. Ich glaube, das suche ich, oder? Blaues Wollkraut. Da ist ne Schlange übrigens drin. Ah! Pferdchen? Pferdchenwoffer ist sehr weit weg. Puh, so. Wenn die Konzentrationen die Ausdauer nachlassen, einfach mal ein Butterbrot mit Ausdauerhonig essen oder einfach kürzere Spiele spielen. Und die Länge der Videos reduzieren. Also keine 120-Stunden-Projekte mehr, außer vielleicht Mario Kart 8. Ja. Aber lange Projekte haben ja auch was für sich. Eigentlich. Wenn man es denn komplett durchzieht. Ist ja auch nicht befriedigend, dann nur deswegen kurze Projekte zu machen, weil man sich selber so denkt, ja, wislang ist, schaffe ich ja sowieso nicht mehr. Ähm. So, euch brauche ich hier nicht. Und... Unterm Strich soll es ja auch einfach Spaß machen. Also, mir soll es Spaß machen. Und... Ja. Es ist halt... Keine Ahnung. Es ist halt auch irgendwie einfach eine andere Zeit natürlich als damals oder noch von vor ein paar Jahren. Mich... Mich befriedigt wahrscheinlich einfach auch in erster Linie der Gedanke nicht so richtig, dass das alles so... Ja. Ich finde, meine Videos sind auch vor allem sehr, sehr austauschbar geworden oder so. Klar, macht mir irgendwie noch Spaß sowas wie Donkey Kong Country zu Let's Playen oder dergleichen. Aber natürlich stellt man sich so zwangsläufig irgendwie die Frage, musste das jetzt sein? Oder ist das so... Ja. Keine Ahnung. Was war jetzt der Gag dahinter? So ungefähr. Ich finde es natürlich toll, wenn ich damit immer noch ein paar Leute dann abholen kann und denen dann irgendwie so zumindest zeitweise eine gute Zeit verschaffen kann und so. Das ist ja mit unter... eigentlich mit das Tollste, was man dann eben so über so eine Geschichte sagen kann. Aber... Ich weiß halt nicht, ob es... So wie ich es mache, halt in der Form wirklich mit am sinnvollsten ist. Oder ob es nicht anders besser wäre. Hat halt alles irgendwie ein Für und Wider. Ja, ich glaube, ich kann meinen eigenen Anspruch nicht so richtig formulieren, Maxi. Vielleicht ist das auch so ein Hauptproblem. Irgendwie einfach nur so das Gefühl einer gewissen inneren Unzufriedenheit. Also, dass man genau weiß, dass einen das selber jetzt in dem Moment nicht mehr befriedigt. Aber... Genauso weiß ich eigentlich auch nicht so richtig, was mein eigener Anspruch ist. Beziehungsweise, wie ich mir da in dem Moment selber helfen kann. Und das ist halt mit eigentlich das... Das Blödeste an der Situation. Gürteltier-Fleisch. Gürteltier-Fleisch. Gürteltier-Panzer. Und mein Pferd besteigt einen Stein. Stein, Stein. Gürteltier! So. Damit haben wir die Gürteltier-Situation, glaube ich, überstanden. Und es geht jetzt nur um die Schweine. Lass mich deine Kälte nehmen, Madame. Ich wäre auch dafür, dass du mal ein Story-Spiel allein durchspielst und dir dann die Frage stellst, warum du das Spiel gespielt hast. Das ist eine gute Frage. Ich schaffe es ja nicht mal aktuell, irgendwelche Spiele mal alleine zu beenden, weil ich dafür einfach zu schnell die Lust verliere. Ich hatte vor einiger Zeit, das war im Dezember oder so, ja stimmt, da hatte ich doch das Super Nintendo Classic Mini mir gekauft. Da hatte ich mit Final Fantasy 6 angefangen. Und ich habe es auch lange gespielt. 20 Stunden oder so mindestens. Und ich bin da, ja, bei einem guten Story-Fortschritt, würde ich sagen. Aber dann irgendwie hatte ich es dann ein paar Abende nicht gespielt. Und dann habe ich es auch am Wochenende mal wieder nicht gespielt. Und jetzt, mittlerweile, bin ich eigentlich vollkommen raus. Und wenn ich den Spielstand lade, ich wüsste eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo ich da bin. Und überhaupt dann sowieso. Und deswegen, ich habe irgendwie nicht so das richtige Verlangen momentan, da weiterzumachen. Und das ist halt schon wieder so schade, dass es wieder was Angefangenes, aber nicht Beendetes ist. Das lässt mich dann auch irgendwie unbefriedigt zurück. Finde ich doof. Hm. So lange Spiele sind immer doof, wenn man längere Pause macht. Ja. Leider. Aber es wäre halt cool gewesen. Weil so an sich fand ich das Spiel auch echt cool. Stattdessen spiele ich die ganze Zeit Monster Hunter World. Und das ist dann, ja. Das ist ein cooles Spiel, ohne Frage. Aber das ist halt weitestgehend irgendwie so ein Endlosspiel. Ich meine, vielleicht ist es einfach das, was ich halt momentan spiele. Endlosspiele. Nosa Lieder. Das stand vorher da noch nicht, oder? Nosa Lieder. Was wollte ich mir damit sagen? Überlebenskünstler. Level 6. Warum geht das auf Level 6 hoch und das andere war nur bis Level 5? Egal. Hm. Sammle 8... Entschuldigung. 8 Büschel Schmetterlingskraut. Du findest dieses Kraut in und um Dies Coronas. Dies Coronas. Glückwunsch. Du bist jetzt ein Meister Überlebenskünstler. Die Überlebenskünstlerkarte wurde aktualisiert. Die Überlebenskünstlerkarte zeigt für kurze Zeit den Fundort von Kräutern im jeweiligen Gebiet. Diese Zeit sparen es jetzt doppelt so lang. Ach so. Du hast das Wild-West-Legenden-Outfit entdeckt. Mit ihm erhöht sich dein maximales Dead Eye. Was? Legende des Westens. Erreiche Rang 10 in allen Umgebungsherausforderungen. Alles klar. Gut. Jetzt wissen wir auch, wie wir das freischalten können. Gut. Radikal Umstellung. Alle Spiele rausschmeißen und ein Spiel kaufen und das bis zum Ende spielen. Klingt wie ein schlechter Scherz. Sollte aber keiner sein. Dies kann ich nur bei einer Spielsammlung von über... 400. Zwischen 300 und 400 spielen. Keine Ahnung. Eigentlich müssen es locker über 400 mittlerweile sein. Als ich das letzte Mal gezählt hatte, und das ist mittlerweile auch schon über 10 Jahre her, da waren es über 300 Spiele. Also lasse ich jetzt vielleicht über 400 Spiele sein. Ja, nee. Das kann ich bei so einer Sammlung nicht machen. Ich würde mir in den Hintern beißen, wenn ich den ganzen Kram irgendwie verkaufen würde, verschenken würde oder was auch immer. Das kann ich einfach nicht machen. Das geht nicht. Das andere war eine Waffenherausforderung. Keine allgemeine. Ach so. Schade. Manchmal kann man sie von Spielen aber auch kaum losreißen. Da hatte ich mit Xenoblade Chronicles 2. Nach über 200 Stunden hatte ich Bedenken, ob mir das nächste Spiel mehr gefällt als das. Das war halt komfortabel. Ja, aber wirklich 200 Stunden mich in so ein Spiel verbeißen oder so. Das ist echt schwierig. Ich glaube, ab und zu mir fehlt mir einfach die Konzentration auch vielleicht so ein ganz klein bisschen dafür. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann so was Einfaches in Anführungszeichen wie Monster Hunter spiele. Weil da muss man nicht viel nachdenken. Das ist einfach so im Endeffekt irgendwie ja doch immer wieder das Gleiche. Und man kann da so wunderschöne Sachen sammeln und dann die ganze Zeit Sachen abhaken und abhaken und abhaken. Das ist wie so eine richtig schöne Liste. Im Endeffekt ist es, das ganze Spiel ist Arbeit. Es ist nichts anderes. Es ist einfach nur ein riesengroßer Berg Arbeit. Und es fühlt sich dann, das heilst du dir dann am Ende deines Feierabends so ungefähr auf. Und es fühlt sich dann trotzdem so unfassbar befriedigend an, wenn du, wenn du die ganze Zeit diese Liste, diese Liste, die du vor deinem inneren Auge hast, wenn du diese Liste dann so nach und nach vervollständigst. Das ist einfach auf eine gewisse Art und Weise wirklich sehr zufriedenstellend. Und deswegen mache ich das. Tja. Ich habe keinen Keller, Papa Mai Mai. Und auch da würde ich die Spiele nicht hinstellen, weil ich zu viel Angst hätte, dass sie geklaut werden. Aber ich weiß, was du meinst. Ist ja richtig. Ist ja alles richtig. Wenn ihr irgendwo ein Wildschwein seht, dann schreit. Nur mal so. Wahrscheinlich sind hier keine Wildschweine, aber wir behalten das im Hinterkopf. So. Wo sind die kleinen Buschels? Büsche? Wo sind die Pflanzen? Die ich sammeln soll. Halt, Moment. Hier ist irgendwas. Wüstensalbei. Sollte ich das pflücken? Ähm... Journal? Ne. Schmetterlingskraut. Geh mir weg mit dem Wüstensalbei. Es ist irgendwie so lohnend, das zu spielen und endlich zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Sei es ein Item zu finden oder ein schweres Monster zu legen. Ja. Vielleicht auch einfach mal den ganzen Stapel an Spielen, die man noch spielen will, quasi beiseite legen und spielen, was einem gerade in den Sinn kommt. Ja. Ja. So stumpfe Spiele müssen halt auch mal sein. Hat nicht umsonst 24 Stunden im Euro Truck Simulator. Ja, das ist so... Früher konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich mit solchen Spielen länger beschäftigen kann. Das war mittlerweile aber auch vor 10 Jahren. Und dann irgendwann musste ich feststellen, dass ich solche Spiele plötzlich selber spiele. Das ist genauso wie, als ich vor einiger Zeit in so einer gewissen Picross-Sucht gefangen war. Wo ich auch einfach keine anspruchsvolleren Spiele, in Anführungszeichen, mehr gespielt habe. Sondern stattdessen wirklich nur die ganze Zeit so Knobelkram oder so. So kleine Mini-Spiele, die dann halt relativ schnell vorbei sind, wo man dann aber auch relativ schnell anfangen kann und so. Wo man sich nicht wirklich drauf vorbereiten muss oder irgendwie sowas in der Art, sondern man macht das Spiel an, man geht halt stupide sozusagen das ab, was das jeweilige Spiel verlangt. Und dann, wenn man nach 20, 30 Minuten keine Lust mehr hat oder so, dann hört man einfach auf und fertig. Das ist dann auch okay. Also, wie gesagt, früher konnte ich es auch nicht nachvollziehen, warum man solche Spielereien überhaupt überhaupt anfassen sollte. Aber irgendwann war ich dann selber drin gefangen. Ja. Es ist so. Hier waren irgendwo Kräuter. Schmetterlingskraut. So seht ihr aus. Aha. Ich habe gerade ein lustiges Bild im Kopf, wie Wesker auf all deinen Spielen sitzt und jedes Mal, wenn du näher kommst, faucht er, faucht er dich in die Flucht. Ja. Ja, ja, ja. Na ja, so ein bisschen, so ein bisschen arbeite ich ja jetzt auch mit dem Belohnungssystem. Ich meine, das hat ja wirklich auch so ein bisschen Sinn und Zweck, dass ich jetzt die ganzen Spiele, sowas zum Beispiel wie Red Dead Redemption, mit euch noch zusammen durchziehe. Zum einen, damit ich dann hinterher für mich sagen kann, ich habe es gemacht. Ich habe es wirklich gemacht. Ich habe es komplett durchgezogen, so wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt hatte und alles ist okay. Und ja, danach freue ich mich einfach über das, was danach kommt. Wie gesagt, ich habe momentan eigentlich ziemlich viel Bock auf sowas wie Dark Souls. Vor allem zusammen mit euch. Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es relativ lustig ist. Aber, ja, ich finde halt das ist halt so die Belohnung, die danach kommt. Wenn ich dann erstmal noch so ein bisschen was, so ein bisschen was geschafft habe. Und das ist auch okay. Wie viel würde man eigentlich für deine Sammlung bekommen? Vielleicht sind das Swimmingpool und die Achterbahnen doch nicht nur scherzhafte Anmerkungen. Also, als ich das, als ich die Sammlung mal, wie gesagt, das ist jetzt fast zehn Jahre her oder so, mal so aufgelistet habe, mit diesen 300 Spielen. Ich meine, es kommt natürlich drauf an. Manches davon sind ja wirklich Wegwerfartikel, die sind vielleicht keine zwei, drei Euro mehr wert. Andere Sachen haben wirklich Sammlerwert und sind vielleicht sogar ein bisschen gestiegen. Ich würde jetzt mal so grob schätzen, vielleicht ist es zu hoch gegriffen, aber wirklich insgesamt und wenn du es wirklich auch gut verkaufen würdest, zwischen 10.000 Euro kann das sein? Wie gesagt, für manche Sachen kriegst du halt schon locker über 100 Euro. Also, von daher, bei jetzt mittlerweile, wie gesagt, zwischen 300, 400 Spielen oder irgendwie sowas in der Art, könnte schon sein. Gerade bei den älteren Super NES und Co. Spielen, ja. noch diese ganzen Sachen aus der N64-Zeit, die sind ja ziemlich gut erhalten sind. Also, die eine oder andere Collectors Edition und so weiter und so fort. Gib mir deine Kontonummer und ich gebe dir 10.000 Euro. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Der ideelle Wert ist ja sowieso unbezahlbar. Ehring, bist du eigentlich von Lego-Spielen begeistert oder nicht? Hast du ja Lego City gespielt, oder? Ja. Es gibt ein Let's Play zu Lego City Undercover auf meinem YouTube-Kanal, was ich eigentlich auch sehr gern gespielt habe. Zwar nicht zu 100%, aber immerhin so Story und hier und da und dort ein bisschen was gemacht. Ähm, generell mag ich die Lego-Spiele eigentlich schon. Äh, Lego Star Wars habe ich auch komplett damals mit einer Freundin durchgespielt. Jo, und hier und da das ein oder andere Lego-Spiel habe ich sonst noch in meiner Sammlung und habe ich hier und da auch angefangen. Ähm, ja, ist halt schon irgendwie cool, aber, ja, nichts, was ich jetzt unbedingt immer und immer wieder spielen müsste. Ist ja doch relativ ähnlich. Du darfst Mario 64 behalten. Ja. Da brauchst du noch ein bisschen mehr. Mit einer Freundin oder einer Freundin Chica? Mit einer Freundin. Mit einer, mit einer Frau. Ja. Lego-Spiele machen Spaß. Ja, bei Multiplayer halt noch ein bisschen mehr als bei Singleplayer. Wow. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, hier hochzureiten. Gibt es hier Kräuter? Das ist eine sehr krautarme Gegend, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, sie war weiblich oder so. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Aha. Hier geht's. mehr Schmetterlingskraut für den Hering. Mal davon abgesehen. Moment. Kopfgeld 30 Dollar? Warum 30 Dollar? Für was denn? Egal. Äh. Brr. 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 Überlebenskünstlerkarte. Zeigt alle Kräuter in näherer Umgebung für 20 Minuten auf der Karte an. Warum benutze ich eigentlich das nicht? Ist es ein Wildschwein? Ha! Wildschwein! Ha! War das mein Abschuss? Journal? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Weil... Achso, ich muss ja auch noch häuten. Na cool. Du holst mich einen, Herr. Na danke, Kollege. Ja, 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 ja. Ich will doch nur... Ich glaube, mein Schwein pfeift. Es gibt hier also doch Wildschwein. Ich bin begeistert. Jetzt für das schreckliche Teil. Wildschweinfleisch. Da unten auf der Karte habe ich jetzt tatsächlich mal so ein Kraut gesehen. Komme ich jetzt hier hoch oder nicht? Boah! Stell dich doch nicht so dusselig an. Du kannst hier nicht hochklettern. Was bist du denn für ein Held? Na gut, okay. So, mein Pferd steht jetzt ab sofort dort oben rum. Dann ist es wohl so. Jaaa... Wow! Pfff! Ha 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 ha! Okay! Ich hätte ihm auch sagen können, dass das keine gute Idee ist. Ha ha ha! Entschuldigung! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ja... Ha ha ha! Wow! Das arme Pferd, das arme Pferd. Wo ist denn, wo ist denn das komische Kraut? Echt da auf dem Vorsprung oder was? Das ist ja bescheuert. Okay, was ist jetzt die Frage? Hier lang oder doch noch eine Etage weiter oben? Das ist wahrscheinlich noch eine Etage weiter oben, oder? Ich habe dem Pferd nicht gesagt, dass es da runter springen soll, Dr. Morgan. Ich fühle mich da relativ unschuldig. Es wäre noch eine Etage weiter oben gewesen. Und warum ist mein... Dein Pferd konnte dich nie finden. Du musst in offenes Gelände... Ah. Hallo? Oh, Pferd. Hast du kein Pferd in der Tasche? Du hast über Gedanken befohlen zu springen. Entlarvt. Ja, und jetzt macht euch mal Gedanken, dass ihr mir hier die ganze Zeit zuhört. Könnte sich auf Dauer als gefährlich entpuppen. Ich merke es nur mal an. Aber ist schon okay. Das bisschen Gehirnwäsche. Was soll's. Ah. Perfekt. Schmetter. Links. Kraut. Boah. Es ist nicht herrlich entspannend. Und diese wunderbare Wüstenei und diese wunderbare Aufgabe mit dem Kräuter sammeln. Herrlich. Könnte man noch den ganzen Tag machen. Durch meine Alufolienmütze kannst du keine Gedanken lesen. Na gut. Vielleicht nicht. Aber ich arbeite dran. Was war das hier? Wüstensalber. Brauch ich nicht. Egal. Wüstenei? Jaja, genau der. Genau der. Genau der. Das ist ja wirklich eine prächtige Gegend. Wo irgendwie nur alle zwei Kilometer mal so eine Blume zu finden ist. Halt einen Moment. Hier sieht es ein bisschen besser aus. So. Komm her. Gebe es mir. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja gar nicht. Guck. Diese Wüste ist einfach nur nicht gut bestückt. So sieht es nämlich aus. Der Fehler liegt nicht bei mir, sondern bei der Wüste. Mir werden nächste Woche die Weisheitszähne gezogen. Irgendwer Tipps bzw. Erfahrungen, die er mit mir teilen kann. Macht ihr im Vorfeld nicht so viele Gedanken Lässt sich sehr leicht sagen, ja, aber es bringt sowieso nichts Und zum anderen, also Bei mir Haben die Schmerzen im Endeffekt nur ein oder zwei Tage lang gedauert Dann war es auch schon wieder vorbei Im Vorfeld hatte ich mir halt so ein bisschen Nahrung besorgt Die man ohne viel Kauen zu sich nehmen kann Also auch so etwas wie Tütensuppen und dergleichen Ist es vielleicht nicht so verkehrt, wenn du das zumindest in der Hinsicht so ein bisschen vorsorgst Aber, ja Mit gut bestückt sein kennt sich der Hering Oh, Maxi, in welche Richtung geht das denn jetzt auf einmal Ein Schelm, wer Böses denkt So Strohhalme und einen guten Mixer kaufen Ja, oder vielleicht im Idealfall schon einen Mixer zu Hause haben Ja toll, das finde ich ja ganz viel, aber nicht das, was ich brauche Feigenkaktus Ich brauche keinen Feigenkaktus Mann So ein Blödsinn Würde mir das eigentlich auf der Karte jetzt auch angezeigt werden? Nein Offensichtlich Nicht Ah, hier sind ganz viele Ganz viele Was auch immer Hä Auf dem Hügel, ernsthaft? Oder? Hä Wummet Wups, wups, wups So, ist auf dem Hügel Ich werde bekloppt Mann Warum Die Geräusche sind nicht angenehm Nö Man lässt es halt so über sich ergehen Ich hasse sowas generell auch Ich habe so schon keine Lust irgendwie, wenn Naja, aber gut Arztbesuche halt Ich hasse wahrscheinlich einfach dieses Gefühl von anderen Leuten abhängig zu sein Deswegen ist es so Keine Ahnung Arztbesuche sind mir ein Gräuel Da bin ich nicht langsamer durch mit dem Schmetterlingskraut hier Es sind noch zwei oder so So Komme ich jetzt an das Kraut dort oben Das ist sogar das Kraut, was ich suche Cool Ah Geht doch einfach als gedacht Okay, bin zufrieden Egal welche Zeit und welcher Arzt Warten muss man immer Meist mit älteren Herrschaften Ja Ja, ab einem gewissen Alter hast du halt Keine Freude mehr Wie ich jetzt fast gesagt Wenn du Gesellschaft haben willst Dann gehst du halt zum Arzt Und setzt dich ins Vaterzimmer Ist schon okay Kann man so machen Und wenn es dir in den meisten Fällen von der Krankenkasse bezahlt wird Na ja Schaut weg, damit Hering nicht abhängig von seinem Blick und Kommentaren wird Und den Stream alleine genießen kann Ich kann es gerade sehr gut genießen Hier die ganze Zeit nur Unkraut einzusammeln Ich weiß halt nicht, wie befriedigend das tatsächlich ist Sich die ganze Zeit das anzugucken Aber Ich hatte halt gehofft Dass ich es tatsächlich nur auf Level 5 hochbringen müsste Scheint ja aber nicht so der Fall zu sein So Überlebenskünstler Level 6 Wie geht's weiter Sammle 10 Büschel Kolibri Salbei Ey, die wollen einen doch ärgern Tall Trees Tall Trees Tall Trees war doch hier irgendwo, oder? Ja Kolibri Salbei Das denken die sich doch aus Denken die sich das Umfassbar Ich hab Rücken und sie? Dankes Gespräch incoming Ja, so ungefähr Ich fahre in die falsche Richtung, habe ich fast gesagt Nein, halt Ah, mein Navi hat sich richtig eingestellt Okay So, links abbiegen Danke Ab dafür Da hab ich ja lieber Gesellschaft von einer Spinne in meiner Wohnung Als freiwillig ins Wartezimmer zu gehen Und das heißt schon was Ich hab' ich vor kurzem Also Weiß ich nicht Beides wie Pest und Cholera Wäre jetzt nicht so sonderlich viel Lust drauf Aber gut Ah, diese wunderbare Ruckelige Aussicht Guck dir diesen wunderbaren Wasserfall dort hinten an Ja Ich hab' immer das Gefühl Im Wartezimmer wird man noch kränker Ja, und im Krankenhaus Krankenhäuser sind ein Hort des Unheils Und des Verderbens Und des Todes Das letzte Mal als ich im Krankenhaus war Keine Ahnung Ich glaub da war ich Da war ich gerade 18 oder so War das wirklich das letzte Mal? Könnte sein Danach hab ich mir geschworen Ich will nie wieder in ein Krankenhaus Hat bisher ganz gut geklappt Bisher Uh Mein Zahnarzt damals Wenn sie raus müssen Dann hast du die Wahl Vollnarkose beim Kieferchirurg Oder örtliche Betäubung bei mir Mein erster Gedanke Nicht bei dir Hm Ich fange Spinnen inzwischen Mit einer speziellen Taktik Zu der gehört zum Beispiel Laut zu schreien Während ich sie in einer Tupperware raustrage Siehste Das kann ich nicht mal Es tut mir leid Also in den meisten Fällen Ne, in den meisten Fällen ist es so Ich versuche Spinnen einfach zu ignorieren Solange die nicht In meine Komfortzone eindringen Ist alles okay Von mir aus Dann Dann haben die halt Vielleicht auch irgendwo Ein Netz In irgendeiner Ecke Oder so Wenn ich da Nicht unbedingt irgendwie Großartig was machen muss Oder so Mein Gott Ist okay Soll sie da halt ihr Netz haben Ist ja auch in Ordnung So eine Spinne Kann ja vielleicht auch Das eine oder andere Andere Krabbeltier fressen Von daher Ist es vielleicht Nicht mal so verkehrt Wenn man sowas Irgendwo hat Sieht vielleicht Nicht so schön aus Aber mein Gott Habe ich nicht so viel Hemmung Aber wenn die halt In meine Komfortzone Eindringen Dann Ja Dann muss ich sie Leider töten Es tut mir leid Also ich kann Ich kann sie dann Nicht am Leben lassen Das geht einfach nicht Also Also ich kann Ich kann es einfach nicht Ich kann es einfach nicht Leben lassen Und es heraustragen Und so Weil ich dann einfach Zu viel Angst habe Dass ich sie unterwegs verliere Und dass sie dann Irgendwo hingeht Wo ich es nicht mehr Kontrollieren kann Oder so Deswegen ich muss Dann halt leider töten Das ist so Das ist so mein Laster Vielleicht Ja ne Karte Ja ne Kellerspinne Überm Bett Brauche ich jetzt auch Nicht unbedingt Das wäre dann halt Zum Beispiel Eindringen In meine Komfortzone So Was ist das denn hier Ist das hier Vielleicht zufälligerweise Kolibri Salbei Ich bin begeistert Meine Katze Hat immer die Spinnentiere erledigt Ja der Kater Den ich damals hatte Als ich noch ein Kind war Der hat auch immer Spinnen erledigt Da war auch Ziemlich gut drin Wesker ist daran leider Ne Niete Es tut mir leid Es ist einfach Du stinkt hier Hast wohl nie Schießen gelernt Was Achso der wer verfolgt Na gut Gebt mich nichts an Ähm Ja Wesker kann das Einfach leider nicht Also Im besten Falle Haut er ein paar mal Drauf rum Und macht sie Auf die Art und Weise Tot Aber oftmals Ignoriert er Solche Viecher Einfach vollkommen Wirklich Vollkommen Ne Staubsauger Hilft schon Sidney Also vielleicht ist es auch Nur so ein Urban Legend Oder so Aber Ich hab mal gehört Dass Ähm Wenn du Wenn du eine Spinne Eingesogen hast Dass du dann Im Endeffekt Eigentlich sofort Den 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 Saugern Der lässt Logischerweise noch an Und Dann musst du quasi gesehen Das Loch So verstopfen Kannst du ja auch machen Indem du einfach nur Auf den Teppichboden hältst Oder so Dass es quasi zu einem Zu einem gewissen Zu einem gewissen Druck Drin kommt Und Die krepieren dann daran Also das ist zumindest das Was ich mal gehört hab Ansonsten was ich dann Gleichzeitig immer noch mache Katzenstreuen Mit aufsaugen Oder irgendwie sowas In der Art Weil da kann keine Spinne Dann ausweichen Da ist sie dann auch tot Also Das muss mir erstmal Nicht mal zeigen Dass das eine überlebt Wo jetzt sowieso Der Zug hier ist Frage ich mich Ob es jetzt nicht sinnvoll wäre Vielleicht einfach mal Auf den Zug aufzusteigen Und dann Ein bisschen durch die Gegend Zu fahren Und Vögel abzuknallen Opsala Boah Was machst du denn Ushabu Ah Okay Ja Eigentlich würde ich gerne Ah Sekunde Gut So Eine Zugfahrt Die ist lustig Eine Zugfahrt Die ist schön Aber das auch nur Bei den richtig großen Dingern Ja klar Ja aber so richtig Kleine Spinnen Die nerven mich Jetzt eigentlich auch nicht Müssen es fliegende Vögel sein Oder Können noch sitzende Vögel Ähm Ne Töte 5 fliegende Vögel Verdammt Ich hab doch mal Glück gehabt Dass du dich hingesetzt hast Jetzt mal ganz ehrlich So Okay Es geht los Ich hoffe Der Schaffner ist jetzt nicht sauer Wenn ich hier rumstehe Und Vögel abballere So Wo fliegt denn jetzt mal einer Wow Okay Am besten würde ich dich nicht bewegen Zu viel Schiss Dass ich hier runter fliege Da Einer Äh Ne Wow Leben am Limit Ein bisschen die Landschaft zu genießen Und so Ich find Zugfahrten ja immer Total spannend Und cool Wenn es nicht so arsch teuer wäre Ich würde den ganzen Tag Zug fahren Ich rutsche Ist nicht gut Okay Zwei Am schlimmsten sind hier Nachtfalter oder Mücken Man hört sie Macht das Licht an Und auf einmal alle weg Hallo Spinat Tasche Ja Ja stimmt schon Zum Glück hatte ich noch kein großes Mücken Problem hier Aber Abzusteigen. Warum hat er der jetzt angehalten? Was soll es noch? Oh, Pferdchen. Was? Der hat ja... Meine Fresse. Wegen euch noch sterben hier. Pferd. Alles gut. Alles gut, Pferd. Und hallo Mr. Prinz. So. Was muss ich als nächstes umlegen? Er lege innerhalb einer Dead Eye Anzeige zwei verschiedene Arten von Wildtieren. Okay. Okay. Na gut. Also ab und zu hatten wir schon mal zwei verschiedene Wildtiere. Auf einem Haufen. Das sollte also eigentlich machbar sein. Warum genau müssen da Vögel mitten aus dem Flug geschossen werden? Nur um sie so schön platzen zu sehen? Nein, es war tatsächlich eine Aufgabe im Spiel. Also ich bin weitestgehend unschuldig. Dieses monströse, makabre Spiel zwingt mich dazu. Ansonsten hätte ich das natürlich niemals gemacht. Das war eine Quest. Eine Quest, die ich erfolgreich abgeschlossen habe. Nur mal so nebenbei. Unschuldig? Ich bin total unschuldig und liebenswürdig und nett. Aber warum möchte das Spiel das? Weiß ich nicht. Vielleicht war das damals so ein Volkssport im Wilden Westen. Und das wird hier nur auf sehr eindrucksvolle Art und Weise ebenfalls dann mit dargestellt. Frage, kann das Explosionsgewehr verwendet werden? Meinst du jetzt für die Dead Eye Geschichte? Oder? Das bringt mich übrigens zu einer sehr guten Frage. Wie aktiviere ich das Dead Eye eigentlich nochmal? Ah so. Gut, alles klar. Ich weiß trotzdem nicht mehr so richtig. Kann ich das mal abbrechen? Ich hoffe. Offensichtlich nicht. Ehre minus 50. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Zumindest ist es an einem schönen Ort gestorben. Hier ist ein Baum. Hier ist ein Blumen. Hier ist ein Kadaver. Das Pferd hätte es schlimmer treffen können. Ei, 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 ei. So. Nicht weiter drüber nachdenken. Herr, sie haben meine Frau genommen. Sie werden sie töten, wenn ich sie nicht Geld geben werde. Hilf mir, sie zurückzuholen. Freu dich doch, dass die deine Frau haben. Du bist jetzt ein freier Mann. Verstehe sein Problem nicht. Gut. Lassen wir das. Auf dem Mond soll demnächst LTE-Netz aufgebaut werden, um Videos in HD zur Erde zu schicken. Geldverschwendung oder nicht? Weiß ich nicht. Ist ja nicht mein Geld, was da ausgegeben wird. Also, von daher, ich stehe solchen Geschichten ja eigentlich immer recht aufgeschlossen gegenüber. Das Opferstod. Äh, weil ich sowas eigentlich immer selber recht spannend finde. So, wenn, wenn der Mensch weitere Grenzen überschreitet und sich immer neuere Sachen einfallen lässt und bla bla bla. Natürlich kannst du dir die Frage stellen, ob du nur wirklich HD-Videos vom Mond brauchst, weil so viel Spannendes wird da oben vermutlich nicht passieren. Aber, ja, keine Ahnung. Wenn man es machen kann. Ich finde es nicht schlimm. Das primäre Ziel werden nicht die Videos sein. Das primäre Ziel wird sein, dass auch irgendwelche Astronauten, die dann irgendwann in Zukunft wieder auf dem Mond landen, vernünftig YouTube-Videos in einer ansprechenden Qualität gucken können. Ja, das finde ich sehr gut. Ich hoffe, sie gucken dann auch meine Videos. Guck mal, Wildschweine! Jeha! So. Ha! Guten Abend, Nippel! Nippel, Nippel, Nipp. So, Wildschwein Nummer 1, Wildschwein Nummer 2. Let me take your coat, Madame. La 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 la. Da fängt der Hering einfach viel früher mit dem Stream an. So ein mieser Schuft. Der Hering, der... War die Jagd erfolgreich? Bis jetzt ja. Also bis jetzt geht's. Fragt die Leute im Chat. Aber ich würde sagen, es lief bisher ganz gut. Es fühlt sich teilweise tatsächlich wie Fortschritt an. Oder? So ein bisschen? Bis dann, Kirby Freak. Äh, blub, 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 blub. Dem Ball können wir mal wieder gucken. So ein bisschen Kolibri-Seil bei... Ja. Ich muss daran denken. Erlege innerhalb einer Dead... Wenn ich zwei Wildtiere sehe. Dead Eye aktivieren. Wir hatten vergessen, den Stream auf Discord anzukündigen. Achso. Schon daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Weil in den meisten Fällen habt ihr das ja immer übernommen. Das war so. Na gut. Auf Twitter habe ich es aber geschrieben. Ich habe sogar den Spielewechsel angekündigt. Ich bin voll gut. Da kann man mir fast keinen Vorwurf machen. So. Wir dürfen das ja nicht mehr ankündigen. Achso, weil ihr keine Rechte mehr habt, ne? Ja, okay. Wir haben den Fehler im System gefunden. Offensichtlich. Dup, dup, dup. Würden sie mich in die nächste... Nein. Lauf zu Fuß. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So ein Idiot. Jetzt mal ernsthaft. Was war das denn für eine blöde Aktion? Was hat er denn gedacht, was passiert? Naja. Gut. Lass uns gehen! Das System wird sich noch eines Tag selbst vernichten. Darauf läuft es immer hinaus. Darauf läuft es immer hinaus. Meine Liegen. Das ist nur was ich brauche. Zum Schluss ist der Mensch wieder selber schuld. Überlebenskünstler Level 7. So. Was für Blumen soll ich jetzt einsammeln? Sammel 12 Büschel. Für wen eigentlich? Sammel 12 Büschel Prärimon. Du findest dieses Kraut in und um die Great Plains. Gut. Wo sind die Great Plains? Ah, die sind hier. Gleich um die Ecke. Cool. Dann ist hier wenigstens nicht weit. Ei, 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 ei. Wie weit sind wir jetzt eigentlich mal so nebenbei? Merkt man jetzt schon was bei der Statistik? 89,8%? Also. Die Verbesserungen bewegen sich schon so ein bisschen im Promillebereich, oder? Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, dass ich nicht auf die 100% komme. Ich brauche mal ein Rat. Ich habe wegen meines Geburtstages bei Nintendo 30% auf ein Spiel aus einem bestimmten Pool. Jetzt ist die Frage. Zelda Twilight Princess HD oder Zelda Ocarina of Time? Das eine ist für den 3DS und das andere für die Wii U, oder? Oder? Dementsprechend stellt sich jetzt erstmal die erste Frage. Ob was für eine Konsole spielt sie lieber? Wii U oder 3DS? Bekommen die Zuschauer auch eine Zuschauer-Ecke, in der man ankündigen kann, welchen Streamer man gerade schaut? Damit jedes Recht für alle besteht? Das wäre aber sehr demotivierend, Papa Mai Mai, wenn ich dann auf einmal lesen würde. Ich glaube, meine Karte ist ausgelaufen, ne? Ich sehe jetzt die Dinger nicht mehr. Wenn ich dann auf einmal lesen würde, dass ihr ganz viel Spaß bei anderen Streamern hättet. Das ist eine doofe Idee. Das will ich nicht in meinem Discord. Nein. Kann ich die Überlebenskarte nicht einfach jetzt wieder aktivieren? Ah, lass mich raten. Ich muss die erst kaufen. Achso, Moment. Hä? Ich könnte generell mal die ganzen Karten aktivieren. Wofür ist das überhaupt? Info. Zeigt alle wichtigen Informationen für Perdido an. Ja. Ich aktiviere alle Karten. Ja, ja, ja. Karten. Erfolg freigespaltet. Auf den Spuren der Vakas. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Interessant. Du hast alle Gebiete von Tall Trees entdeckt. Natürlich habe ich das. Das war meine Absicht. Du hast alle Gebiete von irgendwas entdeckt. Ja, Wii U in 3DS. Beides besitze ich und beides nutze ich. Hm. Eins von beiden schon gespielt. Erfolg freigespaltet. Ja. Genau das. Man kann nie genug Erfolg freispalten. Was zum Geier. Schon wieder ein Puma. Ich drehe durch. Ja. So. Mitten in den Hintern. Unfassbar. Da ist ein Puma. Ja gut. Ja gut. Ja, weiß ich nicht. Aber ist lange her, oder? Dass du mein Let's Play gesehen hast. Ich erinnere mich ja selber nicht mal mehr an Twilight Princess. Also von daher. Weiß ich nicht. So vom Umfang her. Ist natürlich wahrscheinlich Twilight Princess cooler. Aber. Ocarina of Time. Ja, weiß ich nicht. Du wüsst wahrscheinlich nicht wie ich mich... Ich würde mich wahrscheinlich für Twilight Princess entscheiden. Aber ich könnte es dir nicht vernünftig begründen. Pferdefleisch. Ich glaube ich brauche ein neues Pferdchen. Zum Glück kommen die immer so bereitwillig angewandt. Na? Ja, wo ist denn das Pferdchen? Ja, wo ist denn das... Was bist du denn? Da passt man irgendwie eine Sekunde nicht auf. Und dann wird man nebenbei vom kleinen Fuchs angefallen. Oder so. Du solltest das nicht verkaufen können. Das war ein Fuchs. Passt mal. So. Äh. Wait, what? Was ist das für eine komische Linie? Du, 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 du. Okay, dadurch, dass ich diese Gebietskarten jetzt aktiviert habe. Lurks. Sind jetzt auch... Äh, die ganzen Pflanzen auf der Karte freigeschaltet. Ja, sehe ich das richtig? Das ist ja cool. Würde auch Twilight Princess wählen, weil Ocarina of Time nichts mehr kostet und deshalb keinen Rabatt mehr braucht. Hm. Ich saß damals ewig an Twilight Princess dran. Ja. Ist auch ein großes... Großes Spiel. Das sind jetzt nur Büffeln, ne? Oder? Moment. Ist da hinten noch ein anderes Tier? Zwischen den Büffeln? Sah eben kurzzeitig so aus. Ja, halt, Moment. Da ist ein Gürteltier. Okay. Bups, bups. Und... Bups, 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 bups. Hey! Warum? Was? Zum Geher. Scharfschütze Level 5. Hat gezählt. Zum Glück. Spannende Aktion. So. Nebenbei noch Tiere häuten. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Ich habe noch mehr als genug. Waschbärfleisch. Das ist doch auch ein Gürteltier. Na gut. Was halt ein Waschbär. Döp, döp, döp. Let me take your coat, Madam. So. Lecker. Okay. Journal. Schieße zwei verschiedenen Personen die Kopfbedeckung vom Kopf. Okay. Hm. Sollte man ja hinbekommen. Mach ich auch mit Dead Eye am besten, oder? Dafür kann ich ja in irgendeine Stadt gehen. Und mich mal so richtig unbeliebt machen. Glaube ich. Gut. Prärimon. Immer noch. Ist noch alles kein Prärimon hier. Komm schon, Fisch! So mein Lieben, ich bin ein bisschen unentschlossen. Was den weiteren Verlauf des Abends angeht. Wir hätten im Endeffekt drei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt, äh, mutterflockig in Red Dead Redemption weiter Kräuter sammeln. Und weiter versuchen, die Aufgaben zu vervollständigen und so. Wir sind hier einem recht guten Flow. Man kommt hier unglaublich gut voran. Keine Ahnung. Ähm. Andere Möglichkeit wäre, Monster Hunter World nochmal auszupacken. Wobei das dann meistens nur für die Leute noch zusätzlich interessant ist. Prärimon. Yay. Okay, so sieht das aus. Wobei das meistens nur für die Leute interessant ist, die auch tatsächlich mit mir spielen, glaube ich. Zum Zugucken weiß ich nicht genau, wie interessant das ist. Ähm. Dritte Möglichkeit wäre, wir spielen irgendwas komplett anderes. Irgendwie. Weiß ich nicht, so eine Art frisch angezockt oder so. Wäre halt so... Man könnte ja irgendwas spielen, was ich bisher noch nie gespielt habe oder so. halt ohne jetzt den Gedanken im Hinterkopf zu haben, dass das jetzt unbedingt ein neues Projekt werden muss, sondern einfach nur... Einfach nur irgendwas Neues mal sehen. und mal so angucken und dann mal so gucken, ob einem das gefällt oder nicht. Let's go! Mickey Epic 2? Das würde per Definition vermutlich auch da runterfallen, ja. Hätte ich jetzt aber nicht unbedingt als erstes auf dem Schirm gehabt. Ach, euer Ernst? Mein Gott. Schon ein bisschen anstrengend. Eine Stunde Doom & Destiny für den PC? Juste wie du mir gezeigt hast, Pa. Müsste ich leider ein bisschen was umstellen, damit das funktioniert. Außerdem dachte ich, dass ich Doom & Destiny durchspielen soll. Und bei Doom & Destiny hätten wir unter Umständen das Problem, ich habe es vorher nicht getestet. Also wenn es ganz dumm läuft, haben wir da das selbe Problem wie bei Breath of Death. Habe ich ja noch nicht weiter eruieren können. Leider. Mein Gott. Ist ja schön, dass es hier so viele freilebende Wölfe gibt. Aber irgendwann ist es auch immer gut. Problem, Wolf. Bert. Bla. Oh, der Hering fängt mit WUW an. Naja, eher nicht. Wofür ich bin, muss ich vermutlich nicht sagen. Nein, Maxi, bitte erzähl es uns. Wir, wir brennen auf deine... Wir brennen auf deine Meinung. Pferdchen? Pferdchen? Pferdchen! Hier einfach stiften gehen wollen, oder was? Mitgehangen, mitgefangen. Komm her! Ah! Pferdchen! Boah, das ist ja wirklich ein richtiges Wolfsrudel hier. Mein Gott. So, muss ich mich ja sowieso nicht mit dem Busch hier beschäftigen, weil das kein Mohn ist. So, hier sind ja die Menge Büffel. Ich finde doch schon wieder alles, nur keine Wildschweine. Schlau. Schlau. Tales of Symphonia 2! Maxi möchte gern Grandia 1 und 2 sehen. Hab ich leider nicht. Hab ich leider überhaupt gar nicht im Angebot. Dup, 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 dup. Ah, perfekt. Also schränken wir es ein bisschen ein. Es sollte schon irgendwie für eine HD-Konsole sein, beziehungsweise für irgendetwas, was ich mit HDMI anschließen kann. Weil das würde es technisch für mich sehr, sehr einfach machen. Dann bräuchte ich nicht viel umstellen, sondern könnte ich das alles so lassen, wie es ist. Und ja, muss ich im Endeffekt nur die Konsole wechseln. Und damit hat sie es. Du kennst die Spiele aber, oder? Ja, vom Namen her. Nie gespielt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie diese Spiele so drauf sind. Vielleicht wäre es auch günstig, wenn ich jetzt erstmal wieder in die Stadt zurückreite. Und dort erstmal wieder gucke, ob ich mir Karten und so weiter kaufen kann. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Als wenn ich jetzt hier blind durch die Gegend eiere, so wie vorhin. Und versuche auf die Art und Weise irgendwas zu finden. Ich glaube, das wäre ganz gut. Wir sind jetzt hier sowieso nah an der Stadt dran, von daher passt das. Okay, und dann haben wir vielleicht auch einen ganz guten Kreis geschlossen. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Ein bisschen was geschafft. Ein bisschen was geschafft. Wir haben es geschafft. Warum ist es jetzt zu spät? Das ist ja doof. Wir können ja gar nicht einkaufen. Sonst vergesse ich doch schon wieder alles. Moment. Wir gehen kurz hoch. Holen uns erstmal neue Munition aus der Kiste. Da machen wir die Nacht zum Tag. Person nach 5 habe ich auch nicht. Nee. Wollt ihr hier nicht alle 2-3 Stunden das Spiel wechseln mit Pausen? Oder hast du gerade nur so viel Lust auf... Äh, ich bin doch schon dabei das Ganze zu beenden. Es hat halt nur so gut funktioniert. Es hat halt nur so gut funktioniert. Ich war so froh über den ganzen Spielfortschritt. Äh, Karte. Wo ist hier der Gemeinschaftswaren... War der nicht hier irgendwo? Hier ist Poker. Schneider. Büchsen. Gemischwarenladen. Hier möchte ich gehen. Ab, 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 ab. Äh. Dies ist nicht ihr Eingang. Hallo? Guter Mann. Ich möchte gerne das, das und das und das und das. Überlebenskünstlerkarte. Ja, die hätte ich gern zum Beispiel. Ich könnte mir auch irgendwelche Pferde kaufen. Aber auf die habe ich nicht so viel Lust. Deswegen kaufe ich sie mir nicht. Okay. Ja, gut. Dann halt die eine Überlebenskünstlerkarte. Nehme ich so hin. So, und dann gehen wir jetzt nochmal rein und speichern und bla bla bla. Und dann haben wir... Dann haben wir zumindest ein bisschen was gemacht. Mein Gott. So. Die letzten paar Prozent, die ziehen sich wie so ein Kaugummi. Aber das gehört hier zum Spiel halt irgendwie mit dazu. Und wir nähern uns immer weiter. Den glorreichen. Hundert Prozent. Hoffe ich zumindest. So. Neue Quest. Kaufe alle Pferde in Red Dead Redemption. Na dann werden wir aber noch ein bisschen Poker spielen müssen. Weil dann muss ich erstmal die Kohle wieder reinschaffen. Achja. Aber das kann sein. Stimmt. Es gibt doch irgendwelche besonderen Pferde noch in Red Dead Redemption. Oder? Vielleicht werde ich mich um die noch kümmern müssen. Ich glaube das sind aber Wildpferde. Spezielle Wildpferde, die man irgendwo dann einfangen muss. Oder so. Ich weiß aber nicht, ob die zu 100 Prozent zählen. Naja. Resident Evil 7 Not a Hero DLC. Sollte so etwa ein bis zwei Stunden gehen. Müsste ich mir aber erst kaufen. Habe ich jetzt nicht. Und ich glaube ich habe keinen Gutabend mehr auf dem PSN. Ne. Mir fällt schon was ein. Ähm. Ich würde jetzt an der Stelle sagen. Ich würde jetzt an der Stelle sagen, dass wir Pause machen. Jetzt tatsächlich Pause. Richtig Pause. Und dann auch gut und gerne vielleicht mal jetzt so 15 bis 20 Minuten Pause. Und in der Zwischenzeit wusel ich ein bisschen durch meine Wohnung herum. Und ihr könnt auch ein bisschen wuseln. Und dann habe ich mir vielleicht was überlegt. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Machen wir damit weiter. Also. Dementsprechend. Äh. Hoffentlich. Bis gleich.